hallo in diesem video soll es um die ladung und entladung von kapazitäten gehen und um das ganze mal herzuleiten nehmen wir uns zunächst mal ein relativ einfaches schaltbild jeder der sich mit schaltung auskennt wird feststellen dass das eigentlich trivial einfach ist und so nicht funktionieren kann denn es fehlt hier noch eine anregung und es ist auch gar darüber gesagt ob so ein kondensator schon geladen ist oder sonst irgendetwas wir definieren hier einfach mal ein strom so und dann passt eben auch die richtung der spannungs pfeil hier so ist das ganze gewählt so dass wir jetzt für diesen diese masche hier zunächst mal ansetzen können das uc gleich minus er ist wir dann zusätzlich noch ansetzen oder finden dass die ladung auf der kapazität die ich hier mal andeute mit q sich bestimmt aus der kapazität mal der spannung u am kondensator und c ist damit die kapazität in farad was dasselbe ist wie aufpassen ampersekunde pro volt so dann haben wir noch ja was haben wir noch wir haben noch hier den strom und damit auch die spannung an r da ist ur gleich das bekannte i mal r so was wir jetzt hier finden sind 1 2 3 4 unbekannte mit 1 2 3 mit der masche gleichungen das ist so nicht wirklich sinnvoll lösbar aber wir haben noch einen zusammenhang nämlich den zusammenhang für die ladung aus dem wir wissen dass q gleich das integral über der zeit i dt ist das ist ein bisschen schwierig dieses integral hier in die gleichung für q einzusetzen und dann irgendwie versuchen weiterzukommen wir differenzieren das einmal denn dann kommen wir einfach ans iran damit ist sie nämlich einfach nur dq nach dt der übergang zu kleinen buchstaben bedeutet hier eigentlich gar nichts eigentlich nur die zeitabhängigkeit so jetzt gehen wir in die gleichung hier oben rein für die ladung und finden dann dass dq nach dt natürlich gleich i ist gleich c ist zeitunabhängig mal duc nach dt ok mit hilfe dieser beiden gleichungen hier die zunächst wurde zunächst mal hier raus und daraus gespeist das heißt diese beiden gleichungen hier liefern mir den zusammenhang dass uc gleich minus i mal r ist und wenn ich das einsetze bekomme ich auch wieder mit r unabhängig i gleich minus r mal c mal d i nach dt die dgl des kondensators hier ich nenne das noch wie üblich als differenzial gleichung erster nun diese in differenzial gleichung könnte man jetzt auch wirklich analytisch lösen indem man da die is und t es auf die richtige seite sortiert ich mache es mal so wie man die meisten dgls löst nämlich mit raten und dann überprüfen und dann überprüfen ob es auch so sein kann und dann würde ich eben hier rausbekommen dass i von t gleich irgendein i null das können wir noch schöner gleich irgendein i null mal e hoch irgendein alpha mal t ist so wenn ich das ableite und hier einsetze ich leite zunächst mal ab dann ist die nach dt gleich alpha mal i null mal e hoch alpha t okay hier eingesetzt dann bekommen wir i null mal e hoch alpha t gleich minus r mal c mal alpha mal i null mal e hoch alpha t und wir können wenn i null ungleich null ist hier kürzen das ist natürlich physikalisch ein bisschen gewagt an dieser stelle hier setzen wir aber einfach mal ein wenn i null gleich null ist was jeder nach langer zeit hier vermuten würde dann wäre das ein bisschen schwierig für die mathematik können wir erstmal tun was wir wollen und diese beiden werden sowieso nicht null niemals nicht also können wir die auch gegeneinander weg kürzen und es bleibt hier stehen 1 gleich minus r c mal alpha oder alpha gleich minus 1 durch r c und damit ein i von t gleich i null mal e hoch minus t durch r c was jetzt nichts weiter ist als die Lösung der DGL für den Kondensator im eingeschwungenen Zustand beziehungsweise als homogene Lösung so wie ich eben schon sagte das macht jetzt nicht so richtig viel Sinn weil wir ja keine Anregung haben uns fehlt schlichtweg die Spannungsversorgung und deswegen mache ich die jetzt nochmal dazu und da ist auch schon und da sieht man auch dass die Spannungspfeile an C, UC und UR und so weiter auch eben schon Sinn gemacht haben denn eigentlich habe ich hier nichts weiter getan als dass ich das UQ dazu gepackt habe und die Masche ändert sich die Masche wird jetzt nämlich zu UC gleich UQ minus UR ok ok was ändert sich noch oder ändert sich noch irgendetwas nicht viel wir bekommen jetzt andere Anfangs- und Endbedingungen hier schauen wir uns mal die an anfangs damit folgt damit folgt aber sofort wenn keine Spannung am Kondensator abfällt dass alle Spannung T gleich 0 alle Spannung sofort am Widerstand abfällt also das UQ ist und damit natürlich I von T gleich 0 gleich UR durch R sein muss aus dem Ohmschen Gesetz ok was passiert nach langer Zeit nach langer Zeit stellten wir natürlich fest dass hier der Kondensator voll geladen ist und kein Strom mehr fließt so dass wir hier sagen können UC von T gleich Unendlich ist gleich UQ damit haben wir sofort UR von T gleich Unendlich gleich 0 damit haben wir sofort I von T C gleich Unendlich gleich 0 aber wir haben natürlich eine Ladung Q auf dem Kondensator und die ist UQ durch C ok wie arbeiten wir jetzt damit insbesondere hier mit der Anfangsbedingung und der DGL der Ansatz hier oben in der DGL können wir ganz wunderbar arbeiten an dieser Stelle hier wir wissen nämlich dass I von T gleich 0 ja gleich I0 mal E hoch 0 ist also gleich I0 und das ganze sein muss minus UQ durch R man also sofort ansetzen kann dass I von T gleich UQ durch R mal E hoch minus T durch RC werden muss dann bekommen wir natürlich aus der Maschengleichung hier oben noch da aus dieser hier das UC gleich UQ minus UQ durch R mal R das ist das I mal I hoch minus T durch RC also UC von T gleich gleich das sicherlich bekannte UQ mal 1 minus E hoch minus T durch RC wird so diese Lösung können wir auch gleich hier uns mal festhalten ups da sollten wir nicht durch so da haben wir das wichtige zusammengefasst und nennen das auch gleich die Ladekurve der Kapazität so was kann man hier noch bei rausfinden zunächst schauen wir sie uns mal an weiter auch ein bisschen größer ziehen so was finden wir hier wir haben hier in rot den abnehmenden Strom da ist er wir haben in blau die zunehmende Spannung hier an der Stelle wir hatten hier die Situation dass UQ gleich 10 Volt war dass R gleich wir können das hier am Strom ab der maximalen Strom und der der Spannung ablesen gleich 1 Kilo Ohm war und das kann man jetzt nicht unbedingt sehen das musste man wissen C war ein Mykofarad so dass wir ein R mal C gehabt haben von der Dimension einer Millisekunde das heißt also R mal C hat die Dimension der Zeit und dessen entgegen nennt man es auch mit Tau gleich R mal C die Ladezeitkonstante so was finden wir hier noch wir können hier verschiedene Werte ablesen wann jetzt denn hier nach einem Tau oder 2 Tau oder 3 Tau oder dann am Ende 5 Tau welche Werte erreicht werden hier sind wir zum Beispiel bei größer 99 Prozent bei 5 Tau man spricht davon dass dann der Kondensator geladen ist aber das hängt natürlich von den eigenen Ansprüchen ab was man hier noch interessanterweise finden kann ist zum Beispiel wenn man hier an die Steigung eine Gerade heran zeichnet dann schneidet die genau bei 1 Tau hier die x-Achse und dasselbe gilt natürlich auch hier oben da muss ich es nur finden so auch hier kann man die Tangente heran schreiben so was machen wir jetzt wenn das Ding schon geladen ist und wir es wieder entladen wollen eigentlich haben wir dann genau den Kreis da stehen den wir hier ganz oben mit dem wir hier ganz oben angefangen haben wir haben nämlich keine Quelle mehr aber wir haben die Kapazität geladen man könnte jetzt in die DGL reingehen die Anfangsbedingungen ändern und dann das ganze versuchen zu lösen ich mache einen etwas anderen Ansatz den man in der Literatur kaum findet den ich aber sehr praktisch finde ich starte nämlich mit einem Ersatzstattbild und zwar das ESB des geladenen Kondensators so was finden wir da wir finden hier zunächst mal eine Spannungsquelle in Serie mit einem ungeladenen C wir packen also die gesamte Ladung die hier drauf war hier in das UC0 sodass wir dann haben UC0 ist gleich das Q0 durch C wichtig ist, dass man die Gesamtspannung immer auch gesamt betrachtet immer gesamt betrachten so was ist die Konsequenz so was ist die Konsequenz die Konsequenz ist, dass man das Ersatzstattbild das wir jetzt eigentlich zur Entladung haben nämlich genau dieses hier mit meinetwegen dem Ding einem Q drauf oder einem UC0 da oben drüber schreiben können als das vermeintlich kompliziertere Schaltbild hier also mit der zusätzlichen Quelle die wir da rein gebaut haben so damit können wir aber alles was wir über die Entladung über die Ladung wissen hier auch wieder verwenden kann man alles was man über Ladung weiß hier wieder verwerten wir müssen also nicht nochmal in die DGL gehen und so weiter und so fort insbesondere wissen wir, dass das Tau nach wie vor R mal C ist wir müssen uns jetzt nur mit den Ladekurven jetzt nochmal kurz ein bisschen rumschlagen und gucken wie groß UC eigentlich ist dazu gucken wir uns zunächst mal UC' an UC' ist jetzt ja nichts weiter als das was wir eben auch hatten nämlich irgendwie die Quellenspannung UC0 mal 1 minus E hoch minus T durch RC schon war es das was wir noch brauchen und was jetzt neu ist ist UC und UC ist ha hier habe ich einen Fehler gemacht es ist genau minus weil der Pfeil hier oben falsch rum gegangen ist natürlich oder andersrum geht als er das in der ursprünglichen Schaltung hatte war so UC ist nun aber UC' plus UC0 so und das macht natürlich UC0 minus UC0 minus UC0 mal E hoch minus T durch RC also gleich UC0 mal E hoch minus T durch RC minus mal minus macht plus das müssen wir da noch nachziehen an der Stelle damit ist das hier die bekannte Entladung des Kondensators ok wie groß ist der Strom an der Stelle auch den brauchen wir noch gerade mal wenn das hier UC ist dann ist in diesem Fall gerade ja auch also R gleich UC ja also gleich UC0 mal E hoch minus T durch U Rc und I. Jetzt müssen wir nur gucken, wie herum definieren wir das I an dieser Stelle. Wir haben immer betrachtet, dass der Kondensator hier auch ein Verbraucher ist, der Strom also so fließt. Da muss man hier so ein bisschen aufpassen, dass diese beiden jetzt nämlich eine unterschiedliche Richtung haben. So, also finden wir, dass das I, so wie wir es hier definiert haben, gleich minus UR durch R ist, also gleich minus UC0 durch R mal E hoch minus T durch Rc. Okay, das habe ich deswegen so gewählt, damit man hier auch wirklich den Vorzeichenwechsel sieht gegenüber der Ladung. Das I war jetzt genauso gewählt in der Schaltung, wie es auch in der Ladung beim Ladevorgang gewesen ist. Und wir haben dementsprechend hier einen Vorzeichenwechsel gegenüber Ladevorgang. Das macht keinen Stress. Man muss nur daran denken, dass es eben so ist und eigentlich das I hier in die andere Richtung fließt. Okay, so, wie ist das Ergebnis zu sehen? An dieser Stelle, auch da haben wir natürlich was vorbereitet hier. So, und da sehen wir ganz eindeutig, auch das hier ist entladen über denselben Widerstand. Also auch R entlade gleich 1 Kiloohm, sonst alles gleich. Und man sieht hier eben ganz klar den Vorzeichenwechsel. Zeichenwechsel. Man sieht an dieser Stelle hier, dass die Spannung stetig ist. Was hier einfach daran liegt, dass die Ladung nicht springen kann. Denn Ladung als integrale Größe kann nicht springen. Und man sieht hier auch die klar abfallende Kurve proportional e hoch minus t. Ich schreibe jetzt mal tau. Und auch hier proportional minus e hoch minus t. Durch tau. So, damit wünsche ich viel Spaß mit dem neu erworbenen Wissen und verabschiede mich. Das weiß ich vielleicht auch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020